Joa lieben Tischer, warte mit der Lune Die ganze Zeit einer weiteren Folge Minecraft Skywars Und heute schleichen wir uns mal an die Gegner Denn wir spielen mit dem Was soll sie denn? Kitz! Das Kitz startet mit Diamond Boots Peterfrauling 3 Und einem Diamantenschwert mit Sharpness 1 Uuuuuuuuuh Aaaaaaaaaaaaaaah Uuuuuuuuuuuuuh Ooooooooooh Digger! Mann wo kam der denn her? Ja, doch dadurch werden wir uns nicht einschüchtern lassen. Schnell. Ich muss ein Portal in eine andere Dimension erschaffen und dort hineinspringen. Puh, wo bin ich denn hier gelandet? Es sieht doch auf einmal alles ganz anders aus. Ja, das ist ja entzückend. Das ist doch normal, ne? Oh, eine Elle-Perle. Fliegen Sie! Oh, ich bin da. Alter, der Typ hat bestimmt schon alles gelootet. Was ist jetzt los? Angriff! Wow, Digger! Ehre genommen! Vorhaut genommen! Leben genommen! Digger! Beerdigung! Es gibt eigentlich nichts langweiligeres, als Kisten zu lösen. Na, du Stricher? Lust zu kämpfen? Komm her! Alter! Was geht denn hier ab? Hä? Leute, was ist jetzt los? Hä, guck mal her! Scheiße, ich kann euch meine Tastatur nicht zeigen, aber hier! Meine Maus! Oder, ne, hier! Mein Monitor ist ausgegangen! Hier! Hier, guck mal, meine Maus, Leute! Ich drücke! Da passiert gar nichts! Ich drücke und der macht... Der macht da seine Faxen! Hä? Hä? Äppel-G-Boost! Ah! Ah! Autsch! Egal, Angriff! Wo sind die Gegner? Motherfuckers! Oh, hier war schon einer! Run! Digger! Digger! Es leben nur noch drei Leute! Diesen Kampf kann ich nur gewinnen! Hey, Leute! Den Typ muss ich jetzt besiegen, weil wenn ich ihn besiege, dann habe ich eine Chance gegen den anderen! Ah! 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 So! Ich habe nur noch Zeit für eine legendäre Waffe, die in meiner Macht steht! Aber dafür brauche ich dich! Oh! Klaaaaa! Wir müssen verschmelzen, um zu siegen! Lass uns eins werden! Ich dachte, du gibst mir wieder ein bisschen Kraft, Mann! Du willst mit mir verschmelzen? Du und ich? Ein Ding? Ein Ding? Mit der Kraft des Assassinen? Des... Des... Des Kuschus? Wie können wir nur... Wie können wir... Ich bin scharf, das... Ich... Ich drehe immer nicht durch! Ich drehe immer nicht durch! Ich drehe immer nicht durch! Heiß dich zusammen und lass uns endlich anfangen! Okay, du hast recht! Lasst uns miteinander funktionieren! Dafür müssen wir alle Kräfte der Welt verschmelzen! Des MLGs! Der Items! Alles zusammen! Wir können zusammen! Aaaaaah! 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 Halb Braimers! Halb Klaus! Nur zusammen können wir das schaffen! Ab geht's! Bumisch! Bumisch! Sie hier im Körper zu teilen! Bumisch! 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 Dclock-uliffe! Danke Klaus für deine Hilfe. Auf Wiedersehen Klaus. So Leute, das soll der heutigen Folge Skywars gewesen sein. Ja, ich weiß nicht, ob die kurz lang irgendwas geworden ist. Lasst mir die Bewertung da. Haut rein, macht's gut und ciao.